Du wirst lange leben, viele Freunde haben, viele Erfahrungen machen. Du wirst dein ganzes Geld verlieren, keine Angst. Du wirst alles wieder zurückholen und du kommst wieder zurück nach Bali. Und dann, dann werde ich dir alles beibringen, was ich weiß. Mom, wann hast du dein Leben so akzeptiert, wie es war? Oh, mein Liebling. Immer auf der Suche nach etwas. Irgendwann fangen die Leute an, ihren Hunden ähnlich zu sehen. Du hast ausgesehen wie Steven. Jetzt siehst du irgendwie aus wie David. Ich muss mich verändern. Seit ich 15 war, war ich entweder mit einem Typen zusammen oder hab mich von einem getrennt. Ich hab mir noch nie auch nur zwei Wochen zum Durchatmen gegönnt und mich mal nur mit mir beschäftigt. Du willst ein Jahr aussteigen? Ich hatte immer Appetit auf mein Leben und den hab ich einfach verloren. Ich will irgendwo hin, wo mich etwas in Begeisterung versetzt. Ich fahre nach Italien, dann nach Indien und am Ende des Jahres bin ich auf Bali. Ich hab ein Verhältnis mit meiner Pizza. Das ist mein Lasskeine-Kalorien-Bomber aus Experiment. Wenn du in deinem Kopf mal Platz machen würdest, könnte ein Zugang entstehen. Und weißt du, was das Universum dann macht? Es strömt hinein. Alles andere kommt von selbst. Hast du dich Subscribe? Wir sind nicht da. give marché. Geisch.